Musik 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 Nur mal eben gucken, hatten wir nicht noch irgendwo Batterien? Ich glaube nicht, sonst ist es wieder so dunkel, ne? Ich glaube, wir haben hier keine mehr. Nee, nix. Keine Batterien. Vielleicht haben wir Glück und irgendwo in den Gängen... Wir können ja hier immer die Gänge nachgehen. Guck mal, da liegen welche. Aha! Jetzt wird es auch heller. So, hier ist leer. Hier sind wir, glaube ich, nur wegen den Batterien rein. Was ist Lost? Ja, ich weiß nicht. Ich habe letztens mit ihr geschrieben. Und, ähm... Da war sie schon irgendwie... Ja, nicht so gut drauf, wie sie sonst... Es war sie immer so fröhlich und da war sie nicht fröhlich. Es war nicht so schön. Da ist nix. Ich weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht, was los ist, ne? So, hier ist nix. Ich denke, dass wir da lang müssen. Aber ich vermute... Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwo mal ein paar Batterien liegen. Ja, man weiß es nicht. Sie wird sich bestimmt wieder melden. Ist ja auch gerade allgemein sehr ruhig, ne? Auch was, äh... Twitter etc. angeht. Und wenn, dann... Na, du hast ja die Post gesehen. Ne? Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe, ihr geht's gut. Und ich hoffe, dass... Das... Das beruhigt sich alles auch wieder. Was immer es sein mag. Ne? Nö. So. Genau, da sind wir, glaub ich, langgelaufen. Hier war, glaub ich, zu, ne? Ne, hier ist offen. Aber hier ist nix. Ja, die Spinnweben, das Geräusch, wenn du da durchrennst, ne? Das ist... Ah, genau. Jetzt weiß ich wieder, was das für ein Raum hier wird. Ah, ne. Ich dachte, das kommt jetzt schon. Doch, das ist der. Genau. Jetzt müssen wir das ja wieder auslösen. Oh, es ist zu. Wua! Es ist nicht schön. Das war nicht nett. So. Gucken wir mal. Warten wir hier auch lang. Hier ist aber alles zu. Warten wir es einfach mal ab. Genau. Warten wir es einfach mal ab. Da sind leider Leute abgesprungen oder halt melden sich nicht. Da könnte ich Ersatz auch gebrauchen. Das wäre bestimmt auch was Lustiges für euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich schreibe dir da nochmal. Okay. Hier ist... Hallo? Ist hier jemand? Gott. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, ich finde es immer schade, wenn Gruppenprojekte platzen, wenn ein, zwei Leute halt... Ich glaube, du weißt, was ich meine. So, hier saß ja die Kleine, ne? Die haben wir hier jetzt nicht. Genau, hier war ja nichts. Immer diese Pfützen hier. Hier ist nix. Hier ist Pfütze. So, aufpassen. Druckplatte rechts. Beim nächsten sind wir ja reingerannt, ne? Bei der nächsten Druckplatte. Da ist nix. Hier sind Spinnenwebers. Genau, da kommen doch die Spinnen. Ja, das wäre mal für Ina. Die Spinnenwebers. Ah, nochmal ein paar Batterien. Wäre nicht schlecht. Oh, wir haben irgendwas getriggert. Oh, Gott. Ah, genau. Siehste? Einmal hier. Dann ist jetzt da die Platte. Wir haben's geschafft. Echt? Gibt's ja nicht. Checkpoint! Das heißt, wenn wir sterben, starten wir jetzt von hier. Ist das nicht schön? Oh, Gott. Wie willst du dich denn hier zurechtfinden? Dann, meine Güte. Aber wir müssen einmal alles durchgucken. Eventuell Batterien noch irgendwo liegen. Ah, guck mal. Hier können wir auch noch so durch. Oder auch nicht. Haben wir wieder irgendwas getriggert? Hm. Alter. Das ist ja ein Koller hier. Jetzt kannst du da wieder rein. Mut, aber ganz stark, dass wir hier lang müssen, weil hier dieser Strich ja ist. Da war nix. Okay, hier ist auch wieder nix. Guck mal auf, dass hier keine Fallen oder so sind. Oh, schön. Geräusche. Jetzt wird etwas über uns rüberfliegt, weißt du? Hey, Neidke. Na? Keine Batterien. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen Batterien. Oh, guck mal, da steht im Kopf. Oh, da sind Batterien. Gott sei Dank. Gut, und dir? Hab dich ja lange nicht mehr gesehen. Du, den, äh... Guck, ich überlege jetzt, also jetzt im Dezember, wenn wir mal das zusammen... äh, zocken, in Angriff nehmen, jetzt endlich mal. Na? Waldenmärsch. Dann können wir das mal machen. Dann machen wir mal ein Dead by Daylight Community abends. Na, Toni? Und dann... Let's Metzl. Können wir uns gegenseitig alle niedermetzeln. Oh, da war ein Schatten? Haha. Hallo? Ich folge mal dem Schatten. Linda? Bist du's? Man weiß hier aber auch nicht, wo man langlaufen soll. Batterien? 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 Nö. Checkpoint! Das ist super. Bei den Dingern habe ich immer Angst, dass es Druckplatten sind. Kommt mir gleich wieder daheim aus dem Wasser gesprungen? Okay, es geht einmal da lang und einmal da lang. Oder auch hier lang. Hier können wir auch durch. Okay, Druckplatte. Einmal nix. Hier ist eine Druckplatte links. Ich denke, dass wir das über Discord machen. Ich habe mir ja da einen Server angelegt. Hi, Linda! Wo sind wir denn jetzt hier? Hallo? Hallo? Wo sind die nochmal? Wollen die mir damit sagen, ich bin jetzt auf der Mitte? Okay, wer bist du? Dich kenne ich nicht. Okay, dann geht da einen Gang rein. Das geht da einen Gang. Alter. Nehmen wir einfach mal den, wo die... Oh, oh, Druckplappe. Plappe. Keine Batterien. Oh, der ist zu. Ja, lass es dir schmecken, ne? Okay, der war nicht richtig. Dann gehen wir mal da rein. Hm. Batterien? Nö. Nö. Keine Batterien. Okay, hier sind wir auch falsch. Gut. Der war falsch. Der war falsch. Da sind wir rausgekommen. Ja, dann kann es ja nur der hier sein. Ne? Ausschlussverfahren. Hallo? Keine Batterien? Und jetzt fängt es auch noch an zu schiffen. Hä? Was?